Warte, Actual. Erzähl Sie vom Register. Bishop hat die Marke mit seinen eigenen Daten verglichen. Sie haben einen Marine des Schiffs, der sie mit Informationen versorgt. Ob Sie ihn dazu zwingen oder nicht, wissen wir nicht. Von unserem Schiff? Ein Marine, der Sephora gekidnappt, Sir? Falsches Schiff. Er ist von der Sulaco. Ich verstehe nicht, Actual. Alle Marines der Sulaco sind gefallen. Negativ, Winter. Einer lebt noch und Sie wollen ihn wegbringen. Kein Marine bleibt zurück. Folgen Sie der Mission. Actual over. Okay, da haben wir also gleich die zweite Kamikaze-Mission bekommen. War die erste nicht Kamikaze genug, oder was? Wir haben uns freiwillig gemeldet. Kein Marine bleibt zurück. Ich... Ich habe mich nicht gemeldet, um jemand anderen zu sterben. Nein, Arschgesicht, für einen anderen Marine. Was auch immer mit mir geschieht, versprich mir, dass du den anderen Marine evakuierst. Emma? Versprich es! Versprochen. Wenn das hier ein Zugangstunnel für Geoforscher ist, dann sollten wir damit genau unter dem Zaun durchkommen. Seid vorsichtig, Leute. Achtung, die Seiten! Entfer, executed! oth�, già, get the half poop! Entfer, Zucker! Entfer, aka oms girl. Entfer! Ah! Ah! Alive! Das war's für heute. Das war's für heute. Alle an die linke Wand. Dicht dranbleiben. Und bleibt aus dem Licht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.